Nein, du brauchst doch nur du, du machst ja ne Mulde. Wieso erklär ich dir jetzt, wie du die Fernbedienung in ne Fimo-Pizza bauen sollst? Soll ich dir sagen, warum du es mir erklärst? Ja. Weil du in Wahrheit, in Wahrheit mit mir symbolisierst. Und weil du mich eigentlich toll findest. Du bewunderst mich, ne? Hier, aber weißt du, was jetzt hier immer sagt? Das gibt's denn dort zu lachen. Das gibt's denn dort zu lachen. Das gibt's denn dort bitte zu lachen. Das gibt's überhaupt nichts zu lachen. Das gibt's gar nichts zu lachen. Überhaupt nichts. Das ist ne ganz ernste Sache. Puss auf, das kann ich nie weitererzählen. Das ist...